Leute, was ist das für ein heftiges Ergebnis beim Saugen? Man braucht nur 4 Liter frisches Wasser und dort wird alles gefiltert, was eingesaugt wird. Ich habe mir heute die Ventus geschnappt und meine Couch damit abgesaugt. Ich glaube, das ist das erste Mal seit 5 Jahren. Zwischendurch habe ich mir auch die Handelektrobürste genommen für die kleinen Polsterstellen, um besser ranzukommen. Guckt euch mal bitte dieses Wasser an. 7 Minuten lang habe ich die Couch abgesaugt und das Coole ist, dass sogar hinten frische Luft wieder abgegeben wird und somit habe ich gleichzeitig eine Luftreinigung gemacht. Mein Mann war absolut schockiert, als ich das schmutzige Wasser an die Toilette gekippt habe.